Zufriedene Kunden auf der ganzen Welt nutzen die Amboss-Scheren vom Weltmarktführer. 100% made in Germany seit 1923. Original-Löwe-Scheren. Für den Einsatz an der Rebe, dem Baum als Garten- oder Astschere sind Original-Löwe-Scheren ein Begriff. Vor fast 100 Jahren im norddeutschen Kiel erfunden, führt heute der Enkel unseres Firmengründers die Tradition des Familienunternehmens fort. 1923 hat mein Großvater Walter Schröder die erste Amboss-Schere der Welt erfunden und zum Patent angemeldet. Und dieses hier ist die Urschere, die erste Amboss-Schere der Welt. Und nach diesem Prinzip fertigen wir heute immer noch. Wir sind heute Weltmarktführer. Das heißt, dort auf der Welt, wo mit Amboss-Scheren geschnitten wird, sind wir die Nummer 1. Auf dem Prinzip Amboss-Scheren beruhen nicht nur der größte Teil unserer Gartenscheren, sondern auch unsere Industrie-Scheren. Seit etwa 1945 fertigen wir zum Beispiel solche Gärungsscheren. Diese Gärungsscheren haben halt 45 Grad-Anschläge, mit denen man Leisten und Profile auf Gärung schneiden kann. Zum Beispiel Glasleisten oder Profile oder Fliesenabschlussleisten. Der größte Teil der Fertigung geschieht direkt an unserem Firmensitz an der Kieler Förde. So hat Firmenchef Randolf Schröder immer ein Auge auf die Qualität. Die hohe Qualität unserer Scheren ist die Grundlage für original Löwescheren. Das heißt, billiger kann immer irgendeiner, besser aber nicht. So fertigen wir alle Teile hier in Kiel vor Ort. Und wir haben zum Beispiel für unseren Klingen unseren eigenen Stahl, der nur für uns erschmolzen wird, optimal auf unsere Wärmebehandlung abgestimmt wird, sodass unsere Klingen nicht nur eine extrem hohe Härte haben, sondern auch sehr ziel sind und so bei Frost zum Beispiel nicht brechen. Alle Teile sind in Deutschland hergestellt. Wir sind 100 Prozent made in Germany. Auf der ganzen Welt ist Original Löwe vertrauenswürdiger Partner für Händler und Anwender. Langjährige Kooperationen mit Vertriebspartnern sind Randolf Schröder und unserem ganzen Team dabei das Wichtigste. Als Hersteller von professionellen Scheren stellen wir weltweit für jede jemals produzierte Löweschere die Ersatzteilversorgung sicher. Das heißt, wenn in Australien eine 80 Jahre alte Schere hat, kann er dort eine neue Klinge, eine neue Unterlage einbauen und diese Schere weiter nutzen, als sei es eine neue. Das ist professionelles Werkzeug made in Germany von Original Löwe. Der partnerschaftliche Umgang mit Kunden von China über Australien bis Brasilien und Europa macht Scherenmann Randolf Schröder am meisten Spaß. Seiner Verantwortung als Unternehmer in dritter Generation ist sich unser Chef dabei immer bewusst. Es erfüllt mich mit Stolz, ein Familienunternehmen in der dritten Generation fortführen zu können und zu dürfen, welches mein Großvater schon gegründet hat. Dadurch übernimmt man zum einen die Verantwortung, die Philosophie uns fortzuführen, aber auf der anderen Seite muss man eine Firma auch fit machen für die Zukunft. Und neben der Verantwortung, die man für seine Mitarbeiter trägt, sollte man auch ökologische und soziale Verantwortung übernehmen als Unternehmer. Das bedeutet, dass wir neben unseren festen Mitarbeitern zum Beispiel 50 Menschen mit geistigen und körperlichen Behinderungen in einer externen Werkstatt beschäftigen. Und diesen Menschen geben wir durch eine sinnvolle Beschäftigung ein Selbstwertgefühl. Des Weiteren unterstützen meine Mitarbeiter und ich beim Planprojekt mehrere Kinder durch Patenschaften, die wir übernommen haben. Und wir unterstützen national die Ronald McDonald Häuser. Vielen Dank. Vielen Dank.